Wir stehen hier vor unserer Kollektion der Function und Ordaz. Funktionelle Oberflächen in Hochglanz, in super matt, anti-Fingerprint-Ausführung. Sie sehen hier Varianten in einer lackierten Oberfläche, in einer matten, angenehmen Haptik oder auch in Hochglanz. Eine lackierte Geschichte, übergehend zu HPL-Produkten in verschiedensten Ausführungen, über die XM und XP, also hoch beanspruchbare Oberflächen, immer mit dem Anti-Fingerprint-Prinzip. Schöne Haptik, volle Oberflächen, bedeutet was für die Greater Functional Products. Man sieht hier an diesen Mustermaterialien innerhalb eines Plattenstückes die Kombinationsmöglichkeiten zwischen Matt und Tanz. Ich denke, hier wird es anschaulich deutlich, wie sich die Oberflächen unterscheiden. Genauso hier eben mit den verschiedenen Anti-Fingerprint-Oberflächen auf dem HPL. Eine schöne Unterscheidung, welche Möglichkeiten es gibt für funktionelle Oberflächen und alle Anwendungsbereiche.